Leute, mein zweitliebster Feiertag steht vor der Tür. Halloween. Ich bin einfach ein riesen Horrorfan, sei es Filme, Serien, Bücher, Hörbücher und allen voran natürlich Games. Horror ist einfach genau mein Genre und das, obwohl ich ein absoluter Schisser bin. Ich bin wahnsinnig schreckhaft. Ich habe auch immer tierisch Angst, wenn ich Horrorspiele spiele. Aber vielleicht mag ich sie gerade deswegen, weil es halt einfach irgendwie cool ist. Dieser Schreckmoment, diese aufbauende Spannung und dann diese Erleichterung, wenn der Schocker endlich da war. Und deshalb möchte ich auch schon seit längerem mal ein Video machen, in dem ich euch meine liebsten Horrorspiele zeige. Und welcher Zeitpunkt wäre da besser geeignet als Halloween. Jetzt möchte ich aber nicht einfach schnöde in einem Video alle meine Spiele auflisten und euch kaum was darüber erzählen. Sondern ich habe mir jetzt gedacht, dass wir haben jetzt noch genau 5 Tage bis Halloween, also einschließlich Halloween noch 5 Tage. Und jeden Tag bis dahin wird ein Video kommen, wo ich euch eins meiner Lieblingshorrorspiele vorstelle. Dabei geht es jetzt gar nicht um die krassesten, fettesten AAA Horror Games, sondern einfach um Games, die mich auf meinem Weg geprägt haben. Die dafür gesorgt haben, dass ich Horror so mag. Und die auch einen großen Einfluss auf das Horrorspielgenre im Allgemeinen hatten. Und den Anfang macht heute Eternal Darkness. Viel Spaß. Heinen wunderschönen meine Lieben und Willkommen zu Tag 1 der Horror Week. Ich möchte euch 5 Tage lang meine Lieblingshorrorspiele vorstellen. Und heute fangen wir an mit Eternal Darkness. Werden viele von euch wahrscheinlich gar nicht kennen. Es ist heutzutage irgendwie, da redet keiner mehr drüber. Dabei war das Spiel, als es rauskam, echt ein Riesenerfolg. Und es hat Gameplay-Elemente gehabt, die es bis dato noch gar nicht gab. Also es hat schon auch den Spielemarkt zu ein ganz kleines bisschen revolutioniert. Die erste Besonderheit dann im Spiel ist, es kam für den Nintendo Gamecube. Und der Nintendo Gamecube war seinerzeit ja eher so eine Kinderkonsole. Der Gamecube ist halt einfach Nintendo. Wir hatten Super Mario Sunshine, wir hatten Luigi's Mansion, wir hatten Zelda The Wind Waker. Zelda ist ja generell schon ein Kinderspiel, aber Wind Waker hat es dann nochmal auf ein anderes Level gebracht. Übrigens einer meiner liebsten Zelda-Teile. Aber so brav wie der Gamecube immer getan hat, war er gar nicht. Wir hatten auch ein Resident Evil Zero und wir hatten ein fantastisches Remake von Resident Evil 1. Was nochmal so einen richtig coolen Plot-Twist in die Story reingebracht hat. Also es gab durchaus auch Spiele für Erwachsene auf dem Nintendo Gamecube. Und allen voran für mich persönlich Eternal Darkness. Das Spiel erschien 2002 und war von Silicon Knights. Silicon Knights war vor allem für Blood Omen bekannt. Ein Teil der Legacy of Cain-Reihe, werdet ihr vielleicht kennen. Soul Reaver unter anderem. Eine fantastische Spielerei mit einer richtig coolen Story. Und auch Blood Omen war ein richtig gutes Spiel. Außerdem haben sie noch Metal Gear Twin Snakes gemacht. Das fand ich nicht so gut. Aber an und für sich war Silicon Knights ein doch eher erfolgreiches Unternehmen. Richtig, ich sage wahr, denn Silicon Knights gibt es nicht mehr. Sie haben 2014 nach einem Rechtsstreit mit Epic Games, natürlich bekannt durch Fortnite, Konkurs angemeldet. Das Ganze basiert auf einem recht langen Gerichtsstreit, der von Silicon Knights ausging. Silicon Knights hat damals an Two Human gearbeitet. Und sie hatten wahnsinnig große Probleme bei der Produktion. Immer mehr Leute haben das Unternehmen verlassen. Es wurde immer schlimmer. Das Spiel hätte damals ursprünglich auf der Unreal Engine 3 basiert. Und die Unreal Engine 3 ist ja von Epic Games. Jetzt hatten sie so große Probleme. Irgendwann mussten sie die Engine wechseln und haben dann ein völlig verbuggtes, schlechtes Spiel rausgebracht. Die Kritiken waren verheerend und Silicon Knights hat das Ganze Epic Games in die Schuhe geschoben. Sie haben gesagt, dass Epic Games die ganze Kohle, die sie bekommen haben, für die Lizenzen von Unreal Engine 3, die sie verkauft haben, nicht in die Unreal Engine 3 reingesteckt haben, um die Ganze zu verbessern, sondern die Kohle genommen haben, um damit Gears of War zu machen. Ob das Ganze stimmt, weiß man nicht. Allerdings hat Silicon Knights daraufhin geklagt. Das Ganze war ein Riesenprozess. Auch Epic Games hat daraufhin gegen Silicon Knights geklagt und haben gewonnen. Daraufhin musste Silicon Knights, man weiß es nicht genau, ich habe verschiedene Zahlen gehört, zwischen 4,5 bis 9,5 Millionen und sie mussten die Quellcodes all ihrer Spiele, die auf Unreal Engine 3 basieren, zerstören. Das war natürlich ein richtig, richtig heftiger Schlag für Silicon Knights, der dann damit endete, dass das Unternehmen 2014 pleite ging. Sei es drum, bevor Silicon Knights pleite ging, haben sie auf jeden Fall noch Eternal Darkness auf den Markt geworfen. Also lange bevor sie pleite gingen. Und ich war ein sehr, sehr großer Fan von Eternal Darkness. Seinerzeit war es noch so, da hast du nicht im Internet schauen können und Gameplay Trailer hier und Gameplay Trailer da und dann hast du noch einen Livestream angeschaut. Wir haben uns in der Regel eigentlich drauf verlassen, was Zeitschriften und Freunde sagen. Und meine Freunde sagten alle, Eternal Darkness ist der größte Bullshit, den es je gab. Keiner dieser Freunde hatte das Spiel aber überhaupt. Und dann habe ich mir gedacht, woher wollt ihr wissen, dass das nicht gut ist? Ich probiere es jetzt einfach aus. Ich habe es mir geholt und ich war begeistert von diesem Game. Die Geschichte ist eigentlich schnell erklärt. Und zwar werden wir, Alexandra Roivers, zur Villa unseres Onkels gerufen, weil dieser anscheinend ermordet wurde. Dort angekommen finden wir die Leiche auf dem Fußboden ohne Kopf. Allerdings können wir ihn noch an seinem Wappenring identifizieren. Alexandra entscheidet sich dafür, dem Mord auf den Grund zu gehen und deshalb einige Zeit in der Villa zu bleiben. Nach einiger Zeit, die wir planlos durch die Villa laufen, finden wir irgendwann einen Geheimraum. Und in diesem Geheimraum finden wir ein Buch. Genäht aus Fleisch und Menschenhaut, das Tome of Eternal Darkness. Hingesetzt, reingelesen und schon bekommt die gute Frau die weirdesten Flashbacks von irgendwelchen Römern, Monstern, Zauberern. Ganz abgedrehtes Zeug. Nach einer kurzen Erholungsphase lesen wir weiter in dem Buch und finden heraus, dass es um gottähnliche Wesen geht, genannt die Alten. Außerdem werden in dem Buch über Jahrtausende hinweg Personen genannt, die in irgendeiner Art und Weise in Berührung kamen mit dem Tome of Eternal Darkness. Die erste Geschichte handelt von Centurius Pius Augustus, der damals im alten Rom die drei Essenzen der Alten gefunden hat. Als er diese drei Essenzen in sich aufnimmt, wird er instant in einen untoten Diener des Gottes Mantarok verwandelt. Dieser gibt ihm die Aufgabe, die letzte Essenz zu suchen und ihm somit zur Weltherrschaft zu verhelfen. Daraufhin reist Centurio in verschiedene wichtige Epochen der Zeitrechnung und tötet die Hüter der Essenzen. Das alles finden wir raus, indem wir das Tome of Eternal Darkness lesen. Allerdings ist das Buch unvollständig, einige Seiten fehlen. Und deshalb schlüpfen wir immer wieder in die Rolle von Alexandra Roivers, die in der Villa auf der Suche ist nach diesen Seiten. Das Tolle an der Villa ist auch, die Villa ist quasi so eine Art Safe Space. Da kann uns nichts passieren, da sind keine Gegner, da geht niemand auf uns los. Deswegen war man schon immer so relativ beruhigt, wenn man wieder in der Villa war. Was besonders toll war an dem Spiel, wir hatten eine echt schöne Grafik. Also gerade für damalige Verhältnisse war das eine richtig hübsche Grafik. Ich würde sagen, das könnte man sogar heute noch problemlos spielen. Ein anderer sehr cooler Punkt war der Soundtrack. Wir hatten richtig tolle, sehr stimmige, passende Musik und wir hatten sehr tolle atmosphärische Sounds. Wir hatten Flüstern, wir hatten Schreie, wir hatten Kreisch im Hintergrund. Das alles hat eine richtig düstere Atmosphäre geschaffen, die dafür gesorgt hat, dass man das ganze Spiel durchgehend richtig angespannt ist. Was für mich aber das Spiel so besonders gemacht hat, ist eben diese verschiedenen Epochen. Wir spielen nicht nur Alexandra Royvers. Wir spielen die verschiedensten Charaktere aus den verschiedensten Zeiten. Das hat halt richtig coole Effekte. Wir spielen in den verschiedensten Szenarien. Und wir spielen auch mit Waffen, die derzeit halt angemessen waren. Seien Schwerter, Pistolen. Das Ganze, das hat mir persönlich am besten gefallen an Eternal Darkness. Das Kampfsystem im Allgemeinen war ein bisschen, es war besonders, denn man konnte auf einzelne Körperteile zielen. Also man konnte sagen, man zielt auf den Arm, aufs Bein, auf den Kopf. Das war auch wichtig, weil es halt Gegner gab, die zum Beispiel eine Panzerung getragen haben. Dann hat es nichts gebracht, auf den Brustkorb zu hauen. Dann musste ich auf den Kopf gehen. Dann gab es Gegner, die einen Helm getragen haben. Dann musste ich erstmal auf die Arme gehen. Oder wenn sie eine Waffe getragen haben. So ein Kampfsystem hat es bis dato, soweit ich weiß, ja, vielleicht in einer abgewandelten Form gegeben, aber nicht so wie bei Eternal Darkness. Das war schon eine coole Sache. Das Kampfsystem war aber auch sehr kompliziert. Ich meine, der Gamecube-Controller war jetzt nicht der beste Controller und es war in Kämpfen, wurde es oft sehr hektisch. Die Kämpfe wurden jetzt aber nie besonders schwer, würde ich sagen. Also die Steuerung hat dir da schon so ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht. An und für sich war es aber gut spielbar. Und wie gesagt, das Kampfsystem war seinerzeit schon was Besonderes. Was auch noch besonders war im Kampfsystem und mitunter eine der größten Stärken von Eternal Darkness, war die Magie. Wir finden nämlich im Verlauf des Spiels und in den verschiedenen Epochen immer wieder Runen. Und diese Runen können wir selber zusammensetzen. Wir können die verschiedensten Runen kombinieren und so die verschiedensten Zauber hervorholen. Wir können Schutzzauber erstellen. Wir können Zauber erstellen, die unsere Waffen verstärken, die Gegner schwächen, verlangsamen. Also man hat da extrem viele Möglichkeiten. Aber kommen wir nun zum wichtigsten Punkt von Eternal Darkness. Das Spiel heißt nämlich nicht nur Eternal Darkness, es heißt Eternal Darkness Sanity's Requiem. Und diese Sanity steht für deinen Verstand. Du wirst nämlich im Laufe dieses Spiels verrückt. Also nicht im Laufe des Spiels, sondern immer wieder mal. Du hast eine Anzeige für deinen Verstand. Und wenn schlimme Sachen passieren, gruselige Sachen, du auf Monster stößt, dann sinkt diese Anzeige, bis du wahnsinnig wirst. Und wenn diese Anzeige mal leer wird und du den Verstand verlierst, dann passieren die krassesten Sachen. Also da waren die Entwickler wirklich extrem kreativ. Das fängt an von, die Räume verzehren sich, das Bild verschwimmt, ist ja noch langweilig. Es geht über in Statuen, gucken dich auf einmal an, Bilder gucken dich auf einmal an, auf einmal hängt eine Leiche im Zimmer, Geister erscheinen auf einmal, irgendjemand schreit. Es ist richtig krass. Das sind manchmal Dinge, wo du denkst, das ist jetzt irgendein Bug in dem Game. Aber nein, das ist beabsichtigt. Und es gibt bei YouTube eine Liste, wo alle Effekte aufgezählt sind, könnt ihr euch nicht vorstellen. Zum Beispiel auch, dass du das Spiel abstürzt oder sich euer Speicherstand löscht. Und sowas hat es bis dato nie gegeben. Und soweit ich weiß, hat es das auch danach nie wieder gegeben. Also das Konzept mit diesem Verstand ist einmalig. Und das ist das ganz, ganz große Highlight von Eternal Darkness. Zur Story selber möchte ich jetzt gar nicht mehr sagen, weil ich habe so vielleicht so ein bisschen die Hoffnung, dass sich ein oder andere das Spiel ja vielleicht jetzt noch anguckt. Dann möchte ich natürlich nichts spoilern. Aber kommen wir zum Fazit. Es ist für mich zum einen eins der besten Gamecube-Spiele, die es gab und eins der besten Horror-Games, die es gab. Wie gesagt, es hat ganz viele Dinge gemacht, die es bis dato einfach nicht gab. Es hat viel Neues eingeführt und vor allem mit diesen Halluzinationen und sowas, was wir später ja in abgewandelter Form zum Beispiel auch bei 4 gesehen haben. Das hat es bis dahin nicht gegeben und das hat das Spiel für mich persönlich echt zu einer Erfahrung gemacht. Was ich auch sehr positiv fand, wie schon gesagt, sind halt diese verschiedenen Zeiten, die man spielt. Es wird nicht langweilig. Du hast immer neue Schauplätze, du hast immer neue Orte, du hast immer neue Waffen, du lernst immer neue Charaktere kennen und das zieht sich durchs ganze Spiel. Also es wird nie wirklich langweilig. Einzig diese Passagen, wo man halt Alexander Roy was in der Villa spielt, sind ein bisschen öde, aber es ist ja auch eine Art Safe Space. Man hat in den verschiedenen Epochen dieses Problem mit der Sanity. Es ist eine andauernde Spannung und man ist wirklich froh, wenn man dann mal wieder in der Villa ist und seine Ruhe hat. Allerdings will man da dann auch nicht lange sein, weil was man da erlebt, ist jetzt nicht groß spannend und man will halt sofort weiter ins nächste Level. Ein weiterer Kritikpunkt wäre halt eben auch noch das Kampfsystem. Das ist nicht überragend. Also das Kämpfen ist eher nervig. Es war cool gemacht mit dem auf verschiedene Körperteile zielen und dass man so ein bisschen taktisch, auch gerade mit der Magie, die ich halt sehr gut fand in dem Spiel, dass man da ein bisschen taktisch denken muss. Aber das Kampfsystem war eher... Mäh. Muss man nicht haben. Hat eigentlich... War eher nur dafür da, das Spiel so ein bisschen in die Länge zu ziehen. Nichtsdestotrotz ein sehr, 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 sehr guter Titel, den ich euch nur ans Herz legen kann. Wenn ihr möchtet, wenn ihr eine Gamecube habt, wenn ihr auch nichts dagegen habt, mal ein bisschen ältere Spiele zu spielen, dann schaut euch unbedingt Eternal Darkness an. Solltet ihr Eternal Darkness ja vielleicht sogar schon gespielt haben, dann könnt ihr mir mal unten in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Spiel haltet. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir gerne Daumen, ihr wisst Bescheid. Um mich zu supporten, könnt ihr den Kanal auch gerne abonnieren. Wir sehen uns morgen wieder zum nächsten Horror Game. Bis dahin, eine schöne Zeit. Outro 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 Vielen Dank.